Bevor du dich an dein erstes fotografisches Abenteuer machst, solltest du zunächst die Uhr und das Datum in der Kamera richtig einstellen. Auch lohnt es sich nachzuschauen, ob die Zeitzone stimmt, wenn die Kamera eine Weltzeituhr eingebaut hat. Diese Daten sind wichtig, damit du Bilder chronologisch im Archiv anzeigen kannst. Besonders wichtig ist das, wenn du unterwegs mehrere Kameras benutzt, zum Beispiel parallel auch ein Smartphone. Wenn die Uhrzeit nicht in allen Kameras synchron ist, kannst du die Bilder später nicht einfach in der richtigen zeitlichen Reihenfolge anzeigen lassen.